ja also die die grundsätzlichen sachen hier sind relativ gut überschaubar nicht tiertransporte das haben wir jetzt mitbekommen mittlerweile autokapazität haben wir ja auch den großen eigentlich haben wir alle infos die wir brauchen schon zusammengetragen hier in der ecke ich will jetzt mal langsam schlafen hier lass mal wieder tag werden ich muss was sehen oh mein gott da muss ich erst mal drauf klarkommen leute leck mich am eimer wieso habe ich mir das gedacht ich weiß es nicht die sind scheinbar nachgespawnt in der nacht da waren keine bären ich dachte nicht dass die schon wieder am nächsten morgen direkt vor mir stehen vor allem zwei stück gleich alter falter echt heavy gewesen gerade der moment